Also normalerweise ist so eine Einlernphase als SPS-Programmierer recht zäh und frustrierend, egal ob man als Neueinsteiger oder als erfahrener Programmierer zu einer Firma kommt. Das liegt daran, dass das Wissen, das firmeneigene Wissen oft tröpfchenweise übertragen wird. Bei Harro Höfliger umgehen wir das komplett, indem wir eben die Automation Academy haben. Wir haben einen Schulungsleiter, der gezielt, strukturiert und leicht verständlich Harro Höfliger Wissen vermittelt. Dadurch kann man dann die Einlernphase stark verkürzen und direkt am Projekt mitarbeiten. Für mich war es sehr hilfreich, die ganzen Harro Höfliger Strukturen, Templates, Programmiervorgehensweisen in aller Tiefe erklärt zu bekommen. Dadurch konnte ich das extrem gut in der Praxis nachher anwenden, mich sofort im Projekt zurechtfinden und direkt durchstarten.